Ja, es geht endlich wieder los mit richtigem Fußball, Fußball-Bundesliga, die Vorhersage zum Rückrundenstart 18. Spieltag. Joint unsere Facebook-Gruppe bit.ly slash wet-vorhersagen und, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal. So, das sind die neuen Spiele zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga, angefangen mit dem Topspiel am Freitagabend zwischen dem Tabellenführer Bayern München in Leverkusen beim Tabellenvierten. Und das ist gleich unser erstes Spiel, das wir genauer unter die Lupe nehmen. Bayern natürlich mit viel mehr Punkten in der Tabelle, insgesamt 13 Punkte vor Leverkusen, aber Leverkusen heimstark und hat auch die letzten 8 Heimspiele, also alle Heimspiele in dieser Saison, zumindest noch keines verloren. 4 Siege, 4 Unentschieden, Bayern auswärts 19 Punkte geholt im Vergleich zu 16 von Leverkusen, also das spricht dann doch für ein ausgeglichenes Spiel. Auch die geschossenen Tore, die ich jetzt in Zukunft verstärkt unter die Lupe nehmen werde, spricht für ein ausgeglichenes Spiel. Leverkusen 34 Mal getroffen, Bayern 37 Mal und hängt stark davon ab, ob Robert Lewandowski spielt und vor allem den richtigen Richard. Ansonsten, ja, die Spiele vor der Winterpause sind nicht mehr allzu aussagekräftig. Leverkusen ist mit einem 4 zu 4 gegen Hannover in die Winterpause gegangen, Bayern mit einem eher mageren 1 zu 0 gegen Stuttgart. Von daher lehne ich mich hier etwas aus dem Fenster und sage, das Spiel geht unentschieden aus, mit, ja, kleiner Tendenz natürlich immer zu Bayern München. Endergebnis, ja, vielleicht ein 1 zu 1. Augsburg gegen Hamburg, für mich eins der klarsten Spiele an diesem Spieltag, wenn man die Tabelle anschaut. Hamburg weit hinten, Augsburg 24 Punkte, Hamburg 15. Aber interessant auch, Hamburg konnte auswärts erst 4 Punkte holen, Augsburg zu Hause immerhin schon 13. Klarer Pluspunkt für die Heimmannschaft, die Fuggerstädter. Außerdem Augsburg fast doppelt so viele Tore erzielt als Hamburg, 27 an der Zahl, Hamburg nur 15. Kommt mit den Burgen durcheinander. Deswegen hier klarer Tipp, eins auf den FCA. Das wird, wenn es so läuft, wie es hier in der Statistik analysiert ist, mit einem, ja, Handicap-Sieg sogar. Also Augsburg minus eins kann man auch noch vielleicht sogar spielen. Insgesamt hier würde ich auf ein 3 zu 0 tippen. Dann haben wir Frankfurt gegen Freiburg. Die Freiburger vor der Winterpause nochmal mit 2 Siegen. Und insgesamt, ja, eine Aufholjagd. Jetzt sind sie aktuell nicht mehr auf einem Abstiegsplatz, sondern 13. 18. Und die Frankfurter, ja, im Mittelfeld der Tapelle auf Platz 8 noch mit Connection erhoben. Haben natürlich mehr Punkte. Aber zuletzt lief es bei der Eintracht auch nicht allzu berauschen. Vor der Winterpause gab es ein 2 zu 2. gegen Schalke. Ja, da haben sie sich ja noch die Butter vom Brot nehmen lassen. In der Nachspielzeit wieder durch Naldo, glaube ich, das Tor. Deswegen, ja, Freiburg bis vor kurzem, hätte man gesagt, der klare Heimsieg für die Eintracht. Aber die Eintracht hat erst 8 Punkte zu Hause geholt. Und Freiburg 5 auswärts immerhin. Im Europapokal gibt es ja da die Auswärtstorregel. Und ich finde auch, dass Auswärtspunkte zumindest ein bisschen stärker gewichtet werden sollten als Heimpunkte. Und wenn man dann die 5 Auswärtspunkte von Freiburg ein bisschen mehr gewichtet, dann kommt man hier auf ein ausgeglichenes Spiel. Und wir haben ein X beim Spielstand von, ja, 1 zu 1 mit leichter Tendenz auf Frankfurt. Hannover gegen Mainz, eine weitere relativ klare Sache an diesem Spieltag in der Tabelle. Hannover mit 23 Punkten, etwas vor Mainz mit 17 Punkten. Aber auch hier auffällig, Heimstärke trifft auf Auswärtsschwäche. Hannover 15 Punkte zu Hause, Mainz auswärts gerade mal 4 Pünktchen. Das spricht klar für Hannover. Auch die geschossenen Tore, leichter Vorteil für Hannover, 24 zu 19. Die letzten Spiele, ja, Hannover, dieses sagenumwobene 4 zu 4 gegen Leverkusen. Mainz immerhin ein 2 zu 2 in Bremen. Aber das ist jetzt auch keine allzu starke Referenz. Deswegen hier einfacher Tipp, 1 auf Hannover. Ohne, ja, relativ viel Spekulationsraum. Also man könnte natürlich auf 1x tippen, damit man den Fall der Fälle absichert. Dann haben wir hier Stuttgart gegen Hertha BSC Berlin. Das ist ein schwieriges Spiel. Man weiß natürlich nicht, wie die Mannschaften, wie in jedem Spiel weiß man das nicht, wie die Mannschaften sich über diese Pause jetzt von gerade mal 3-4 Wochen erholt haben oder präsentieren. Deswegen, wenn man rein nach der Statistik geht, hat Hertha natürlich in der Tabelle einen Vorteil. Aber Hertha ist auswärts schwach und Stuttgart heimstark. 10 Auswärtspunkte von Hertha, 16 Heimpunkte von Stuttgart. Wenn man da allerdings wieder den Auswärtsfaktor hinzurechnet, kommt man hier auch wieder auf ein relativ ausgeglichenes Spiel. Geschossene Tore hat Hertha genau doppelt so viele als Stuttgart. 26 Hertha, 13 Stuttgart. Das spricht natürlich für die Berliner. In Sachen, was am letzten Spieltag war, hat Hertha das Jahr 2017 mit einem Paukenschlag beendet. 3 zu 2 Auswärtssieg in Leipzig. Während der VfB zu Hause gegen Bayern München oder was auswärts 1-0 verloren hat. Aber das kann man mal machen. Von daher auch kein richtiger Gradmesser. Allerdings hat der VfB vor der Jahreswende drei Niederlagen in Folge gehabt. Vielleicht auch noch mehr, aber ich untersuche nur immer die letzten drei Spiele. Und das spricht auch klar für die Hertha. Deswegen, trotz der Heimstärke von Stuttgart, natürlich ein X. Nichts, aber ich glaube fast eher, dass Hertha hier auswärts gewinnt. Aber es kann alles sein. Deswegen würde ich beim Tippen hier eigentlich die Finger davon lassen. Wenn ich mich offiziell festlegen muss, einfach nichts. Dann Bremen gegen Hoffenheim. Hoffenheim auswärts. Auch keine Übermannschaft. Acht Punkte auswärts geholt. Bremen zu Hause ebenfalls acht. Das würde Ausgeglichenheit bedeuten. Aber wie wir schon erwähnt haben, Auswärtspunkte sollte man ein bisschen stärker gewichten. Auch, dass Hoffenheim in der Tabelle mit 26 Punkten klar vor Bremen steht, die nur 15 Punkte haben. Bremen damit Drittletzter. Seien sich gute an Bremen. Naja, die haben keine schlechte Abwehr, aber die Gegentore interessieren eigentlich wenig. Sie haben wenig Aussagekraft. Entscheidend beim Fußball ist natürlich, wer Tore schießen kann. Und da ist Hoffenheim doppelt so stark wie Bremen. 27 zu 13 im Vergleich der geschossenen Tore. Und deswegen bin ich mir hier auch sicher, dass Hoffenheim zumindest einen Punkt aus Bremen entführen kann. Und vielleicht sogar gewinnt. Leipzig gegen Schalke. Ja, da würde ich sagen, ist halt ein klassisches Unentschieden. Obwohl eigentlich Leipzig vor der Winterpause geschwächelt hat. Für die kam die Winterpause gerade recht. Sie haben aus den letzten vier Spielen vor der Winterpause gerade mal eins gewonnen. Aber auch Schalke aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg geholt. Aber natürlich auch vier Unentschieden. Daher keins von diesen Spielen verloren. Und ich denke auch nicht, dass sie in Leipzig verlieren werden. Ein klassisches Unentschieden. Köln gegen Gladbach. Ja, Rheinderby. Immer wieder gern gesehen. Auch wenn Köln in der Tabelle natürlich schlecht dasteht mit sechs Punkten. Im Vergleich zu 28 von Gladbach. Das spricht klare Bände. Gladbach auswärts mit elf Punkten. Ja, auch nicht überragend. Aber besser als Köln mit vier Punkten daheim. Allerdings hat Köln drei der vier Punkte im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Wolfsburg geholt. Gut, also man kann gespannt sein, ob die Kölner da weitermachen können und auch Gladbach ärgern können. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Deswegen hier ein Tipp auf Gladbach. Und dann sind wir schon beim letzten Spiel. Dortmund gegen Wolfsburg am Sonntag. Dortmund auch mit Peter Stöger vielleicht jetzt aus der Krise. hat mehr Punkte natürlich als Wolfsburg auf dem Konto. 28, Wolfsburg nur 19. Allerdings Dortmund in der Vorrunde ungewöhnlich heimschwach. Nur 13 Punkte geholt. Wolfsburg auswärts immerhin 7. Trotzdem spricht hier auch, dass die geschossenen Tore sprechen für Dortmund. 39 Tore erzielt. 21 nur Wolfsburg. Ich würde hier auch mit Dortmund gehen und denen einen Heimsieg zutrauen. Gut, dann habe ich hier nochmal die Spiele in der Übersicht, wie ich analysiert habe mit den Ergebnissen. Allerdings muss ich hier dazu sagen, beim Spiel Köln-Gladbach habe ich hier ein 1 zu 1 drin. Obwohl ich mich dann letztendlich für einen Tipp 2 entschieden habe. Etwas inkonsequent. Da würde ich daraus ein 1 zu 2 machen. Und beim Spiel hier oben habe ich mich kurzerhand dann für einen Sieg von Frankfurt gegen Freiburg entschieden. Obwohl hier beim Tipp ein X stand. Deswegen würde ich hier auch in 2-1 umwandeln. Gut, hier habe ich schon das Logo von Wetttipps heute.com eingeblendet. Denn hier werden wir jetzt immer die Quoten auch vergleichen. Was lohnt sich überhaupt zu spielen in der Fußball-Bundesliga? Und ihr könnt natürlich auch den Kanal von Wetttipps heute.com auf YouTube auschecken. Also wir haben hier jetzt uns darauf geeinigt, auf eine Kooperation. Ich veröffentliche Videos auf der Webseite und dafür sage ich, dass ihr zu Wetttipps heute.com schauen sollt. Also es ist hier einfach eine Kooperation unter YouTubern und kein Geldfluss oder ähnliches. Deswegen lohnt es sich natürlich die Quoten zu vergleichen und das kann man eben auf der Webseite gut machen. Wenn man hier anschaut, gute Quoten gibt es hier für einen Auswärtssieg der Bayern in Leverkusen. Wenn man da auf eine doppelte Chance rausgeht, also auf x2, sollte es immer noch eine kombinierbare Quote sein, sodass man vielleicht zwei Wetten so kombinieren kann. Gut auch zu kombinieren vielleicht ein Eintracht-Frankfurt-Heimsieg oder 1x. Bei Augsburg gegen Hamburg finde ich die Zweierquote sehr interessant, denn eins der klarsten Spiele laut meiner Statistikanalyse und von daher würde ich hier einfach eine Einzelwette auf Augsburg platzieren. Bei Hannover Mainz sehe ich das ähnlich, da ist eine Wette auf Hannover sehr interessant. Man kann das dann aber auch noch mit einer, ja mit einem 1x, einer doppelten Chance, wie man das nennt, ja absichern. Oder mit einem Draw-No-Bet, dann würde man das Geld zurückkriegen, wenn es sein Unentschieden gibt, wenn man auf Hannover gesetzt hat. Ansonsten, wenn man dann Mainz gewinnt, ist das Geld halt weg. Gut, aber das werden sie höchstwahrscheinlich nicht. Bei Stuttgart-Hertha, ja, da kann einfach zu viel passieren, meiner Meinung nach, da würde ich die Finger davon lassen. Und bei Werder Bremen-Hoffenheim reizt mich der Tipp auf Hoffenheim mit 2,75 extrem, aber in Kombination also mit x2, also eine doppelte Chance, auch sehr interessant. Leipzig gegen Schalke, ja, da haben wir gesagt, da riecht es halt nach Unentschieden, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt was tippen. Bei Köln-Gladbach hingegen muss man fast hier auf den Gladbacher-Auswärtssieg tippen, auch in einer doppelten Chance noch sehr interessant, da die Gladbacher-Quote sehr hoch ist und eigentlich nicht spielbar, Dortmund-Aheim-Sieg gegen Wolfsburg. Naja, wenn da noch was dazwischen kommt, dann sieht es schlecht aus, aber Wolfsburg war zuletzt nicht besonders stark. Ja, das war es schon wieder. Knackige 13 bis 15 Minuten hier beim Bundesliga-Rückrundenstart. Wenn ihr noch nicht genug von meinen Tipps habt oder überhaupt selber auch mal Tipps posten wollt und uns in unserer Gruppe inspirieren wollt, dann tut das und tretet bei bit.ly slash wet Bindestrich Vorhersagen, der Shortlink zu unserer Facebook-Gruppe. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt spätestens nachholen, da ihr anscheinend das ganze Video euch reingezogen habt. Und das heißt ja dann, dass es euch nicht so schlecht gefallen haben kann. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf den ersten Spieltag, der Rückrunde.